Ferien in Deutschland, die 10 schönsten Reiseziele Der Sommer kommt, das heißt Bücher, Hefte und Hausaufgaben in den Hintergrund treten. Sofort nach dem Ende des letzten Schultages beginnt man alles zu planen, den Koffer im schnellen Tempo zu packen, Fahrkarten zu bestellen. Fahrkarten zu bestellen, aber wohin? Natürlich nach Deutschland. Es hat alles was das Herz begehrt. Blau Seen mit schönen Stränden unter der heißen Sonne, hohe Bergen mit märchenhaften Wäldern, zahllose Burgen, Schlösser und andere Sehenswürdigkeiten. Entdeckt die 10 schönsten Reiseziele in Deutschland und lernt das Land bei den Ferien von einer ganz neuen Seite kennen. Beginnen wir unsere Reise durch Deutschland. Der erste Reisepunkt ist Just in der Nordsee. Just ist eine kleine Insel. Sie hat Fläche nur 16,43 Quadratkilometer. Die vielen Strände auf der Nordseite der Insel scheinen bei Ebbe unendlich zu sein. In den vielen Strandkörben können sie sich herrlich entspannen. Dazu das Wellenrauschen. So muss Nordseeurlaub sein. Just ist eine autofreie Insel. Es gibt genau zwei PKWs und die gehören den beiden Ärzten der Insel und werden nur im Notfall eingesetzt. Das heißt keine Ampeln, keine Staus, keine Abgase, kein Motorenlärm, nur Nordseerauschen. Der zweite Reisepunkt ist Hamburg. Hamburg, meine Perle, heißt es in einem Lied. Wer an den Landungsbrücken steht, weiß, warum Hamburg das Tor zur Welt kreist. Der Hamburger Hafen ist der zweitgrößte Seehafen in Europa und gehört zu den neungrößten der Erde. Jedes Jahr zieht es rund sechs Millionen Touristen in die Elbmetropole Hamburg. Der Hafen als Tourismusmagnet bietet den Besuchern zahlreiche maritime Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten wie Hafenrundfahrten, Museumsschiffe und vieles mehr. Noch die im Jahr 2017 neu gebaute die Elbphilharmonie, die direkt am Wasser steht, ist ohne Zweifel zu Hamburgs Wahrzeichen geworden. Eine kühne, wellenförmige Glaskonstruktion erhebt sich über dem historischen Kaispeicher an der westlichen Spitze der HafenCity. Hamburg ist brückenreichste Stadt Europas im Guinness Buch der Rekorde. Rund 2500 soll es laut Behörde sein. Das wären mehr als Venedig, Amsterdam und Stockholm zusammen. Der dritte Reisepunkt ist Berlin. Die Hauptstadt Berlin zählt zu den populärsten Städten in Europa. Gerade Berlin hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die unterschiedlichste Menschen aus aller Welt anziehen. Zu den Top-Sehenswürdigkeiten Berlins gehören das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor in Berlin gehört zu den wichtigsten Wahrzeichen der Metropole. Es wurde von 1788 bis 1791 nach Plänen von Karl Gotthard Lankhans errichtet. Das einzige erhaltene Stadttor Berlins, das früher vor allem für die Trennung der Stadt in Ost- und Weststand, ist seit dem Mauerfall das Symbol für die Einheit Deutschlands. Darüber hinaus zählt der Sandsteinbau zu den schönsten Beispielen des deutschen Klassizismus. Das Reichstagsgebäude ist der Sitz des Deutschen Bundestages und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Berlins. Vor allem die gläserne Kuppel ist eine Attraktion für Berliner und Touristen. Fernsehturm bereits von Weitem zu erkennen und mit 368 Metern das höchste Gebäude Berlins. Der Fernsehturm, errichtet in den 1960er Jahren, bietet er Besuchern ein einmaliges 360-Grad-Panorama über die Stadt. Der Fernsehturm liegt direkt am Alexanderplatz im Zentrum des alten Ost-Berlins. Berliner Dom Der Berliner Dom mit der markanten Kuppel erstrahlt in der ganzen Pracht des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das ist die flächenmäßig größte und bedeutendste evangelische Kirche Deutschlands und die größte Kirche Berlins. Museumsinsel Die Museumsinsel in Berlin ist ein grandioses Gesamtkunstwerk mit fünf weltweit berühmten Museumsbauten, die in einem außergewöhnlichen Ensemble versammelt sind. Hier liegen die wichtigsten Ausstellungsstätten der Stadt, das Alte Museum, das Neue Museum, das Bode Museum, das Pergamon Museum, sowie die alte Nationalgalerie. Die Häuser präsentieren mit ihren Sammlungen über 6000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte. Seit 1999 ist die Berliner Museumsinsel mit dem Titel Welterbe der UNESCO ausgezeichnet. Schloss Charlottenburg Das ist die größte und bedeutendste Schlossanlage der einstigen brandenburgischen Kurfürsten, preußischen Könige und deutschen Kaiser in Berlin. Das Schloss Charlottenburg ist mit Orangerie, Schlosspark und Nebenbauten die größte Schlossanlage Berlins. Im Lauf der Geschichte wurde es viele Male umgebaut und erweitert und zeigt, komprimiert die Entwicklung des Zeitgeschmacks. Ein Kurzurlaub in Berlin ist keine Minute langweilig. Der vierte Reisepunkt ist Dresden. Dresden ist die Landeshauptstadt im Bundesland Sachsen. Die Stadt liegt an der Elbe und existiert seit 13. Jahrhundert. In der Stadt gibt es über 50 Museen, mehr als 35 Theater und Kleinkunstbühnen und berühmte Bauwerke aus zahlreichen Epochen. Dank der schönen Architektur wird Dresden als Elbflorenz oder die Perle des Barocks genannt. Das sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Dresden. Zwinga Der Zwinga ist ein Gebäudekomplex mit Gartenanlagen in Dresden. Der Palast Zwinga ist Hauptsymbol der Stadt. Er wurde im Jahre 1709 erbaut. Zwinga besteht aus vier Gebäuden. Hier befinden sich die Röstkammer und Reihmuseen, die Gemäldegalerie Alte Meister, der mathematisch-physikalische Salon und Porzellansammlung. Ein Sondermerkmal im Zwinga sind zahlreiche Brunnenanlagen, aber die schönste ist Nymphenbad. Das Schloss Moritzburg Es wurde im 16. Jahrhundert als Jagdhaus für Herzog Moritz gebaut. Das Schloss Moritzburg ist ein schöner Palast auf dem Wasser. Mit dem Ufer verbindet das Schloss nur eine schmale Bahn. Wenn man Moritzburg vom Ufer sieht, gibt es den Eindruck, dass er über dem See schwimmt. Moritzburg zählt 200 Zimmer. Im Inneren des Schlosses ist fast alles in der Jagdthematik. Im Schloss gibt es Zimmer mit wertvollen Ledertapeten und Zimmer aus Vogelfedern. Das Museum Grünes Gewölbe Das ist die einzigartige Sehenswürdigkeit in Dresden. Hier bewahrt man eine reiche Sammlung von Edelsteinen und wertvollen Gegenständen aus Edelmetallen und mehr als 3000 von teuren Exponaten auf. Zum Beispiel die statuierte Moor mit Smaragdstufe, das goldene Kaffeezeug, Kirschknochen mit 185 ausgeschnittenen Porträts und viele andere. Die Brüllsche Terrasse Das ist ein architektonisches Ensemble und eine touristische Sehenswürdigkeit in Dresden. Sie liegt im Stadtzentrum in der Altstadt und ist 500 Meter lang. Die Brüllsche Terrasse wird auch Balkon Europas genannt. Zuerst im 16. Jahrhundert war das eine Stadtbefestigung. Heute ist Dresden eine Kunst- und Kulturstadt und war zugleich Weltkulturerbe der UNESCO. Der fünfte Reisepunkt ist Schwarzwald. Was macht dieses Gebirge so besonders? Schwarzwald ist sowohl die höchste als auch größte zusammenhängende Mittelgebirge Deutschlands. Grüne Wälder, klare Seen und ein traumhaftes Alpenpanorama. So kann man die malerische Region des Schwarzwalds am besten beschreiben. Tradition und Moderne verschmelzen sich hier auf wunderbare Weise zu einem stimmigen Gesamtbild, das den Schwarzwald so einzigartig macht. Der Schwarzwald bietet eine ungeahnte Vielfalt an Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten für Aktivurlauber, Wellnessliebhaber und Familien. Bekannte Sinnbilder und Symbole wie Wollenhut, Schwarzwaldhaus, Kuckucksohr, Schwarzwälder Kirschtorte und Schwarzwälder Schimken repräsentieren den Schwarzwald als Genießerregion. Bayern ist das größte Bundesland Deutschlands und das populärste Reiseziel für Touristen. Nicht umsonst, Bayern hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Erholungsmöglichkeiten. Und der sechste Reisepunkt ist München. Schlösser, Museen, Kirchen, Parks und Plätze, auf denen das Leben tropft. Das müsst ihr in München unbedingt gesehen haben. Das sind die beliebten Sehenswürdigkeiten in München. Der Dom zu unserer lieben Frau, besser bekannt als Frauenkirche, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Münchens. Sie wurde im 15. Jahrhundert gebaut. Das ist die größte und höchste Kathedralkirche in München. Sie ist 109 Meter lang und 40 Meter breit. Das Mauerwerk des Kirchenschiffs etwa 37 Meter hoch. Schloss Nymphenburg mit seiner weitläufigen Parkanlage ist ein wahrer Besuchermagnet. Es zählt zu den großen Königsschlössern Europas und ist heute eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit. Nymphenburg wurde im Jahre 1664 gebaut. Seine Fläche beträgt fast 20 Hektar. Jeder Raum im Nymphenburg ist ein Meisterwerk der Architektur und lässt niemanden kalt. Der Marenplatz mit dem neuen und alten Rathaus ist Münchens pulsierendes Herz. Das Glockenspiel im Rathaus zieht tausende Besucher an. Die Allianz Arena ist Fußballstadion und war Zeichen Münchens. Auch außerhalb der Spieltage zieht das Stadion Besucher an. Das BMW Museum befindet sich nahe dem BMW Amtssitz. Es zeigt die Geschichte der Marke BMW. Die Gesamtfläche der Ausstellung ist 5000 Quadratmeter. Hier befinden sich nicht nur Autos und Motorräder vorgehende Jahre, sondern auch konzeptionelle Modelle. Jedes Jahr wird dieses Museum von mehr als 250.000 Menschen besucht. Der siebte Reisepunkt ist Schloss Neuschwanstein. Wer es romantisch mag, guckt sich Schloss Neuschwanstein. Es hat sich im Laufe der Jahre für viele zum Wahrzeichen Deutschlands oder zum 8. Weltwunder entwickelt. Dieses Schloss steht bei Flüssen in südlichen Alpen. Es wurde ab 1869 für den bayerischen König Ludwig II. gebaut. Heute besuchen Neuschwanstein 1,5 Millionen Menschen pro Jahr. Das ist eines der märchenhaften Schlösser in Deutschland und in der Welt. Der achte Reisepunkt ist Schloss Hohenschwangau. Das Schloss Hohenschwangau liegt direkt gegenüber von Schloss Neuschwanstein im Ortsteil. Die im 12. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnte Burg war einst der Sitzedler Ritter. Sie wurde später von König Ludwigs Vater erworben und umgebaut. In dieser Burg verbrachte König Ludwig II. seine Kindheit und somit die meiste Zeit seines Lebens. Die Dauerausstellung im Schlossmuseum zeigt die originale Inneneinrichtung aus der Biedermeierzeit und holt Besucher zurück in die Kinderstube des bekannten Märchenkönigs Ludwig II. Der neunte Reisepunkt ist Zugspitzeregion. Sport und Naturtradition und moderne Berg und Tal, das alles ist Zugspitzland am Fuße von Deutschlands höchstem Gipfel. Die Zugspitze ist Deutschlands höchster Berg, 2962 Meter hoch. Das ist der einzige Ort im Land, wo man das ganze Jahr Ski fahren kann. Auf der Zugspitze öffnet sich ein wunderbares Panorama der Länder, Deutschland, Italien, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Touristen auf dem Berg werden mit der Seilbahn geliefert und das ist ein tollster Eindruck. Und der letzte zehnte Reisepunkt ist der Nationalpark Bayerischer Wald. Bayerischer Wald ist ein Nationalpark direkt an der Grenze mit Tschechien. Das war der erste Nationalpark Deutschlands. Seine Fläche beträgt 24.250 Hektar. Das ist der einzige alte, unberührte Wald im Herzen Mitteleuropas. Bayerischer Wald ist heute so wie vor Jahrhunderten. Hier gibt es Baumwipfelpfad. Das ist eine Holzbrücke, die sich zwischen den Baumwipfeln in einer Höhe von 8 bis 25 Meter gestreckt wird. Der Höhepunkt des Pfads ist der 44 Meter hohe Baumturm. Ob Erholung am Strand, im Wellnesshotel oder in idyllischer Natur, all das liegt uns nahezu vor den Füßen in Deutschland. Deutschland hat urlaubstechnisch mehr zu bieten, als so manch einer denkt. In welche Ecke des deutschen schönen Landes soll es gehen? Jetzt kennt ihr. Aber man darf nicht vergessen, das war nur eine kleine Auswahl der schönsten Urlaubsziele in Deutschland. Schöne und unvergessliche Sommerferien.